Erfolg durch Bildung Die Akademie für Sport und Gesundheit bietet dir die Möglichkeit, in vier Tagen Kursleiter für progressive Muskelentspannung zu werden. Durch gezielte An- und Entspannung der Muskulatur wird der Körper bei der progressiven Muskelentspannung in einen Entspannungszustand versetzt. Wir bilden dich zum Experten aus, sodass du eigenständig qualifizierte Entspannungskurse durchführen kannst. Die Grundform sowie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von progressiver Muskelentspannung werden dir in den Theorieblöcken vermittelt. Durch die reduzierte Teilnehmerzahl ist genügend Zeit, um auf deine individuellen Fragen einzugehen. Im praktischen Teil der Ausbildung zeigen dir unsere Dozenten anhand vielfältiger Methoden, wie du deine Teilnehmer in die Entspannung führen kannst. In zahlreichen Anwendungsbeispielen erlebst du selbst, wie sich die verschiedenen Übungen anfühlen. Ich persönlich würde die Ausbildung auf jeden Fall weiterempfehlen hier bei der Kategorie für die progressive Muskelentspannung. Ich kann sehr viel mitnehmen, auch persönlich. Sehr umfangreich, wirklich toll. Man bekommt wirklich optimal alles vermittelt. Es wird mehr geboten, als ich dachte. Auch wenn man hier von nichts weitergibt, lohnt es sich schon, wenn man das einfach nur für sich macht. Unsere Lizenzen sind branchenweit anerkannt und unbegrenzt gültig. Der Anwendungsbezug hat für uns höchste Priorität, weshalb in der Ausbildung ein besonderes Augenmerk auf die Praxisnähe der Inhalte gelegt wird. Wir praktizieren Qualität. Um dies transparent darzulegen, unterziehen wir uns jährlich der namhaften und unabhängigen Prüforganisation TÜV Süd. Wenn du noch Fragen zur Ausbildung hast, hinterlasse uns einfach einen Kommentar. Weitere Infos zur Ausbildung findest du auch auf unserer Website. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Like. Du möchtest mehr zum Thema Karriere in der Fitnessbranche und deinen Ausbildungsmöglichkeiten bei der ASG wissen? Dann abonniere unseren Kanal.